heute ringelite talk noch die zweite ich habe dann noch ein kleines thema heute gestern war ein absolut geiler schwergewichtskracher in der copper box arena in london box joe gegen sie leidians und wie gesagt also ich dachte auch dass der joyce in schlägt aber wie gesagt hat uns schon komplett überrascht komplett überrascht mit diesem sieg und das den er sogar vorzeitig gestoppt hat also ich habe ja gewusst es gibt so ein richtig guter kampf aber mit leichten vorteilen von joyce habe ich da schon gerechnet ich hätte nicht gedacht dass der vorzeitig verliert man hat aber auch gesehen dass joyce absolut verkehrt eingestellt war ist in die linke immer reingelaufen verkehrt rum reingelaufen also leute die ein bisschen boxen verstehen die müssen sich den kampf mal genau angucken der jang hat das absolut geil umgesetzt und ist hin hat immer mit der linken angefangen als linke gerade als linker groß stelle weiß doppelt geschlagen zum körper also der gegner hat der total unter kontrolle gehabt und waren absolut geile geiler fetter kampf gestern es waren wenig gute kämpfe die für mich jetzt gut waren aber dafür einen wo man wirklich internationale weltniveau top also wirklich top und dann sieht man halt auch mal wie jetzt der kroat einzuschätzen ist der ihn geschlagen hat also wie gesagt es gibt es ist jetzt alles so eine fette überraschung geiler kampf richtig gut hingezaubert von dem chinesen der joyce hat sich absolut fair verhalten finde ich eine absolut geile nummer da sieht man mal man kann auch verlieren aber wo ist das problem das war nicht sein tag er hat ihm absolut respekt gezollt und so sollte es ganz einfach sein ganz andere nummer noch und zwar wer gesehen hat wie das alles aufgebauscht wurde der hätte sich überlegen müssen dann liegt ganz weit hinten choice viel punkten vorne also wetten mäßig man sieht man kann auch mal glück haben wenn man gesetzt hätte und wer da was gelaufen wie gesagt das war ein absolut geiler kampf für mich ist halt jetzt hier die frage wer box tyson also für mich wäre das ein absolut geiler kampf jan gegen tyson fury das wären geiler kampf weil dann sind wieder zwei große die gegeneinander kämpfen und man sieht werden klein gegen groß kämpft hat man immer so ein bisschen problem man sah jetzt hat wenn die großen beide große gegeneinander boxen dann sieht die sache immer gleich gleichwertiger aus und man muss auch von der distors anstehen als wie man immer nur runter box oder man muss sich auch ein ticken kleiner machen wenn jemand versteht was ich meine so also wie gesagt also das schwergewicht ist aufgemischt hier finde ich richtig geil zang gewonnen den kroaten sollte man nicht unterschätzen jetzt hat was kommt weil der hat er auch richtige bomben von dem gefressen und dass da da bewegt sich was meiner meinung da kann man jetzt hat mal verschiedenartige kämpfe zusammenstellen der großen verbände also das war ein richtig richtig geiler fight freut mich für den chinesen das mal einer gewonnen hat an dem man überhaupt nicht so dachte ich dachte auch er joyce macht das ding aber wie gesagt ist passiert leute das war das thema ein kleines thema heute schwergewichtskampf in london in der kommen in der körperbox arena schreibt mir einen kommentar darunter wie ihr den kampf finden würde tyson fury gegen gegen den chinesen lasst ein like da tut die glocke abonnieren ganz ganz liebe grüße aus paraguay erwähnen möchte ich hiermit nochmal mein pc shop klein an und mein ring elite de da könnt ihr alles bestellen was box sportartikel betrifft ok ganz ganz liebe grüße aus paraguay nach deutschland ich bin bald da ciao ich bin bald da